Ich bin jetzt hier aufgeräumt. Trinke ich mir erst mal ein Bierchen hier. Oh ne, hab ich gar keinen Bock hier aufzuräumen Leute. Kann ja erstmal ein Nickerchen machen, glaube ich. Nickerchen und eine Pilsette wegschütten. Ich möchte eine echte Hand haben. Kommt mich mit einer Kopie zufrieden geben. Boah, was war das denn? Alter! Na ja, was soll ich machen? Erstmal die ganzen Mopets. Rausschieben. Dann haben wir als erstes die ganzen Schüsse holen. Ja. Boah. Leute, zieht euch das mal rein. Das sind meine Kawasaki Schlüssel. Kawasaki Z-Schlüssel. Die sind vom Roller. Von meinem Eisenschwein. Ey Leute, was ist das denn? Leute, was ist das denn? Ich flippe aus. Also Leute, wenn ich jetzt nach draußen gucke, sehe ich nur meine beiden Motorräder. Und links sieht man noch den Koffer vom Roller. Aber ich sehe jetzt hier keine Haare. Ich weiß nicht, was das hier soll. Ey, komm, penzt da rein schon, will mich meine Garage verarschen oder was ist hier los? Wo ist das denn? Waover. Wo ist das denn? Sch?", ich geht auf героin. Ramadan beginnst garanzen. Jahrheden darf ich auf den Koffer vom Roller. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.